Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit für eine komplette Lightroom-Bearbeitung. Also einfach ein Bild von A bis Z in Lightroom bearbeiten. Das möchte ich dir heute zeigen und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja, auch hier gibt es wieder die kostenlose RAW-Datei zum Mitarbeiten dazu, wenn du dich in meinen Newsletter eingetragen hast. Wenn du das noch nicht getan hast, solltest du das unbedingt mal tun. Link unten in der Videobeschreibung. Und dann kannst du auf jeden Fall immer mitarbeiten. So, ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, wie du, oder wie ich besser gesagt, das Bild hier in Lightroom bearbeite. Das ist ein Foto hier, wie man unschwer erkennen kann, aus New York, von der Manhattan Bridge ausgeschossen. Und das hier im Vordergrund ist die Brooklyn Bridge. Und ja, es war hier kurz vor Sonnenuntergang und ich wollte die Gunst der Stunde hier noch nutzen und die Sonne hier quasi noch mitnehmen, wenn sie durch die Gebäude noch zum letzten Mal durchscheint. Das Wetter war auch wirklich super an dem Abend. Also wir hatten hier richtig schöne, dramatische Wolken auch am Himmel. Und ja, wie du siehst, ist das so schon ganz gut geworden. Aber ich denke natürlich, dass man hier in Lightroom noch eine ganze Menge rausholen kann. Und das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen, wie ich das hier gemacht habe. Vom Weißabgleich und so weiter gefällt mir das eigentlich alles schon ganz gut. Gut, ich werde hier lediglich die Lichter ein bisschen abdunkeln, so auf ungefähr minus 28. Ja, also es passt eigentlich ganz gut. Und die Tiefen werde ich aufhellen. Das werde ich auch ein bisschen stärker machen. Ich denke mal hier so ungefähr 70 plus. Ist ganz cool. Weiß- und Schwarzwerte werde ich hier gar nicht anfassen. Ich werde hier noch ein bisschen die Klarheit rausnehmen. Das heißt, hier ein bisschen ins Minus gehen. Einfach, um das ganze Bild so ein bisschen weicher zu gestalten. Weil ich es schon relativ hart finde, hier auch mit den Wolken und mit der ganzen Struktur hier unten im Wasser. Da muss ich nicht noch extra was dazugeben. So, dann werde ich als nächstes mal hier in die Gradationskurve reinschauen. Und das hier mag ich in letzter Zeit richtig, richtig gerne. Diesen Effekt einfach, diesen Matteffekt. Da habe ich auch vor einer Woche, glaube ich war es, das Video rausgebracht zu. Da solltest du auf jeden Fall nochmal reinschauen. Da erkläre ich das ganz genau. Ich hebe hier einfach so ein bisschen die Schwarzwerte an. Dunkel so ein bisschen die Weißwerte hier auf der anderen Seite ab. und mache dann hier noch so eine kleine S-Kurve draus, indem ich hier einfach die Mitteltöne noch ein bisschen rauf und runter ziehe und damit einfach so ein bisschen Kontrast wieder mit ins Bild reinbaue. Das mache ich hier unten so ein bisschen stärker noch. Und ich denke mal, dass ich auch die Schwarzwerte hier noch ein bisschen weiter aufhelle. Na, nicht ganz so doll, sonst wirkt es ein bisschen zu krass. Du siehst also, es ist hier einfach so ein Try-and-Error-Spiel, wo ich einfach auch selber immer wieder gucke, mir das Bild angucke, wie sieht es aus. Das ist jetzt keine feste Vorgabe, sondern es ist einfach wirklich nur, ausprobieren, wie es aussieht und was einem persönlich dann auch gefällt. Also dir kann es jetzt auch gar nicht gefallen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja persönlicher Stil. Das ist ja gerade das Schöne an der Kunst, dass man da seine eigene Meinung zu haben kann. Und jeder kann es so machen, wie er möchte. Dann gehe ich hier nochmal in die einzelnen Farbkanäle rein und werde jetzt hier auch nochmal so eine kleine S-Kurve reinbauen. Das heißt also hier im Rotkanal als erstes so eine kleine S-Kurve. Nehmen wir hier in den Tiefen auch das Rot so ein bisschen raus. Dadurch wirkt das ganze Bild hier so ein bisschen bläulicher. Und hier in den Highlights da ballern wir Rot ein bisschen noch mit dazu, damit der Sonnenuntergang hier noch ein bisschen besser rauskommt. Genau das Gleiche mache ich bei den Grünwerten. Also die Grünwerte werde ich hier unten so ein bisschen rausnehmen und dafür hier oben wieder so ein bisschen reinbauen. Aber nicht zu viel. Da gefällt mir das Rot hier eigentlich schon wesentlich besser in den Highlights. Und das Ganze mache ich bei den Blauwerten auch noch. So und jetzt kriege ich das ganze Bild hier eine richtig schöne Tönung. So gefällt mir das schon richtig gut. Dann gehe ich mal hier runter in die HSL-Tabelle und das ist auch ein absolut mächtiges Werkzeug. Da können wir nämlich wirklich in den einzelnen Farbkanälen hier nochmal den Farbton ändern, die Sättigung ändern und auch die Helligkeit. Und ich werde hier einfach mal so ein bisschen in die Sättigung reingehen und hier zum Beispiel die Rotwerte noch so ein bisschen verstärken. Die Orangewerte werde ich so ein bisschen verstärken. Und auch so ein bisschen die Gelbwerte. Einfach um den Sonnenuntergang hier noch so ein bisschen besser herauszuholen. Also das sind die warmen Farben des Bildes. Und Grün nehme ich einfach so ein bisschen raus. Aquamarine nehme ich so ein bisschen raus. Blau werde ich auch so ein bisschen rausnehmen. Nicht ganz so doll. Und ja, hier unten die lila Werte so ein ganz bisschen noch. Also einfach die warmen Töne des Bildes ein bisschen hervorgehoben und alle anderen Farben so ein bisschen rausgenommen. Dadurch hat das Bild auch nicht mehr ganz so viele Farben, was mir sehr gut gefällt. Durch, dass man das Ganze so ein bisschen auf ein paar Farben reduziert, wirkt das ganze Bild auch ganz anders. So, bei den Luminanzwerten hier kann ich auch nochmal ein bisschen gucken, dass ich das Orange so ein bisschen abdunke. Das Gelb kann ich so ein bisschen abdunkeln. So gefällt mir das auch schon ganz gut. Und das Blau werde ich noch so ein bisschen auffällen. Ja, damit wir hier oben nicht so einen starken Kontrast drin haben. Dann gehe ich hier weiter runter in die Teiltone. Und auch hier werde ich mal den Farbton so ein bisschen ins Bläuliche ziehen und so ein ganz, ganz bisschen Sättigung reinhauen. Also so ungefähr drei Prozent. Ich denke mal, das ist schon völlig ausreichend. Damit nehme ich so ein ganz bisschen das Orange hier oben raus. Aber wirklich nur so ein ganz bisschen. Gefällt mir so schon ganz gut. Dann, das Bild muss natürlich geschärft werden. Dafür gehe ich mal auf die 100% Ansicht. Werte jetzt hier den Betrag auf meinen Standardwert von 80 setzen. Und das Ganze dann natürlich noch wieder ausmaskieren. Mit gedrückter Alt-Taste sehe ich dann auch ganz genau, wo ich hier maskiere, beziehungsweise wo ich das Bild schärfe. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Alles, was schwarz ist, bleibt davon ungeachtet. Gefällt mir so schon ganz gut. Dann werde ich natürlich die Profilkorrekturen aktivieren, damit wir hier die Entzerrung noch, oder dass das Ganze so ein bisschen entzerrt wird. Und die chromatischen Aberrationen werde ich auch entfernen. Denn gerade hier beim Sonnenuntergang an den Gebäuderändern, da werden chromatische Aberrationen da sein. Und deswegen nehme ich die hier einfach komplett raus. So, dann werde ich noch eine kleine Vignette dazugeben. Ungefähr so, ja, minus 10. Einfach um den Betrachter so ein bisschen mehr noch ins Bild zu lenken. Das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Gut. Und dann gehe ich hier unten mal noch in die Kamerakalibrierung. Das ist für mich auch ein sehr mächtiges Werkzeug. Da können wir nämlich noch die einzelnen Werte vom Farbton von Rot, Brün und Blau verändern. Und das macht das ganze Bild auch nochmal vom Look her ganz schön anders eigentlich. Also, ich werde jetzt hier zum Beispiel den Farbton der Blauwerte so ein bisschen ins Minus ziehen und damit so ein bisschen mehr Rötlichkeit noch ins Bild bringen und vielleicht sogar die Sättigung noch so ein ganz bisschen anheben. So ungefähr plus 5, plus 7. So gefällt mir das schon ganz gut. Sehr schön. Damit werden wir so mit der globalen Bearbeitung im Bild fertig. Ich möchte jetzt allerdings noch den Pinsel mal nehmen. Und ja, hier einfach mal mit so einer Minusklarheit von ungefähr 70 arbeiten und werde dann jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen über das Wasser malen und damit die Struktur des Wassers so ein bisschen rausnehmen. Mir ist klar, dass man das jetzt hier nicht komplett machen kann. Ich hatte leider keine Möglichkeit, hier eine Langzeitbelichtung zu machen. Sonst hätte ich das gemacht, dann wäre das Wasser wirklich ganz gerade gewesen. Das hätte mir in dem Fall hier besser gefallen. Aber ich hatte in dem Moment, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, ob ich kein Stativ dabei hatte oder ob das Stativ durch die Brücke, durch die kleinen Pfeiler da nicht durchgepasst hat, dass die Kamera da nicht durchgepasst hat. Es gab auf jeden Fall eine Begründung dafür, dass es nicht geklappt hat mit der Langzeitbelichtung und deswegen helfe ich jetzt hier so einfach noch ein bisschen nach. Ja, gefällt mir so schon ganz gut. Dann werde ich mir jetzt hier nochmal einen neuen Pinsel erstellen, indem ich hier oben auf Neu klicke. Die Klarheit stelle ich jetzt hier wieder auf Null und jetzt werde ich hier noch ein bisschen die Belichtung hochdrehen und dann so ein paar einzelne Elemente im Bild so ein bisschen noch auffällen, wie zum Beispiel hier das Gebäude. Das wird von der Sonne angestrahlt, also kann es auch noch ein bisschen heller sein. Hier das Gebäude werde ich so ein bisschen noch auffällen. Das ist jetzt noch alles ein bisschen sehr doll. Das werde ich gleich noch ein bisschen abdunkeln, aber nur damit du eine Idee dafür bekommst, was ich hier noch mache. Einfach so ein paar kleine Sachen noch ein bisschen mehr betonen hier im Bild. Cool, gefällt mir so schon ganz gut. Und ich werde auch hier unten im Wasser noch so ein bisschen auffällen. Genau, hier noch so ein bisschen und vielleicht auch hier nochmal so ein klein bisschen. Einfach ein paar Highlights noch setzen im Bild. Gefällt mir so schon ganz gut. Ich werde es jetzt natürlich noch ein bisschen zurücknehmen. Ich wollte einfach nur erstmal auch sehen, wo ich hier direkt male. Vielleicht gebe ich hier sogar noch so ein bisschen Orange mit rein, damit das Ganze hier noch so ein bisschen unterstützt wird beim Sonnenuntergang. So gefällt mir das Bild jetzt schon richtig gut. Und ich glaube, dass ich jetzt soweit auch fertig bin, zumindest mit der Lightroom-Bearbeitung. Das, was ich dir zeigen wollte. Man kann jetzt natürlich noch so einen Feinschliff in Photoshop machen, aber ich denke mal, das passt so schon ganz gut. Ich werde vielleicht noch so ein bisschen den Beschnitt anpassen. Hier oben einfach mal auf das Freistellungswerkzeug gehen und damit gedrückte Shift-Taste hier an die eine Ecke anfassen. Dann bleiben nämlich die Bildproportionen erhalten. Ich glaube nämlich, dass ich hier diese Gebäude hier auf der Seite gar nicht so sehr im Bild brauche. Und außerdem habe ich dann noch den Vorteil, dass ich hier die Horizont-Linie fast auf die untere Drittellinie lege und damit das ganze Bild noch ein bisschen spannender gestalte. Ja, gefällt mir so schon ganz gut. Wenn ich hiermit zufrieden bin, dann drücke ich hier auf Enter. Und ja, ich denke mal, dann haben wir hier ein fertiges Bild. Ich zeige dir nochmal den Vorher-Nachher-Effekt. So sah das ganze Bild vorher aus, aus der Kamera direkt. Und so sieht es jetzt im Nachhinein aus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne einen Daumen nach oben geben oder auch in die Kommentare posten, was dir gefallen hat. Beziehungsweise Video-Vorschläge machen und den Kanal natürlich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Ja, teile das Video auch mit deinen Freunden, die es vielleicht sehen sollten. Ansonsten natürlich viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.